Bildgebung hat heute viele Gesichter. 2D, 3D und 4D ermöglichen immer bessere Einblicke in den Körper des Patienten. Ärzte erhalten dabei aber auch immer mehr Informationen, die sie interpretieren müssen. In Zukunft könnten sie hierbei Hilfe erhalten, von Stefan Maas und seinen Kollegen bei AURIS. In unserem aktuellen Projekt Augmented Reality Intervention System oder kurz AURIS geht es darum, eine klassische, ultraschallgeführte Nadelintervention mit den Vorteilen der Augmented Reality zu verknüpfen. Augmented Reality ist eine Mischung aus Virtual Reality und der Realität, wie wir sie mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Während sie bei der Virtual Reality komplett in eine virtuelle Welt eintauchen, werden bei der Augmented Reality nur einzelne virtuelle Objekte ihrer Realität hinzugefügt. Das System besteht aus einem klinischen Ultraschallgerät mit einem dazugierigen Ultraschallkopf, an dem wir einen optischen Marker installiert haben. Darüber hinaus verwenden wir eine Augmented Reality Brille mit einer integrierten Kamera. Unsere Software dient dazu, diese Komponenten miteinander zu verbinden, sodass diese kommunizieren und miteinander interagieren können. Die Daten werden vom Ultraschallkopf aufgezeichnet und vom Ultraschallgerät drahtlos an die AR-Brille geschickt. Die Kamera an der Brille erkennt den optischen Marker. Die Software von AURIS positioniert die Ultraschallbilder dann an der richtigen Stelle im Sichtfeld des Nutzers. Bei einer klassischen Ultraschallbiopsie hat der Arzt das Problem, dass er einerseits die Region, den Ort des Geschehens betrachten muss und andererseits das Ultraschallbild auf einem zugehörigen Gerätemonitor. Das führt dazu, dass er immer wieder mit seinem Blick zwischen dem Ort der Biopsie und dem Ultraschallsystem hin und her schwenken muss. Unser System AURIS ermöglicht es, diese Ultraschalldaten nun direkt am Ort des Geschehens darzustellen, sodass der Arzt alle notwendigen Informationen auf einmal im Blick hat. Für die Patienten bedeutet das weniger Schmerzen während des Eingriffs und ein geringeres Infektionsrisiko. Und auch sonst könnten AR-Brillen den Blick der Ärzte in Zukunft stark erweitern. Die Einsatzgebiete der Augmented Reality in der Medizin sind per se erstmal unbegrenzt. Das heißt, wir konzentrieren uns zurzeit zum Beispiel auf 2D und 3D-Ultraschalldaten. Es können aber selbstverständlich genauso gut Bilddaten von anderen Modalitäten wie zum Beispiel CT- oder Kernspindaten genutzt werden. Man muss auch gar nicht in den Rahmen von Bilddaten denken, sondern es können zum Beispiel auch intraoperativ dem Arzt in eine Augmented Reality-Brille Vitalwerte des Patienten eingeblendet werden. Oder ein Arzt während der Visite kann Informationen zu seinem Patienten erhalten über die aktuellsten Befunde oder den Gesundheitszustand des Patienten.